Wie viele gute Ideen ist auch diese Idee im Rahmen eines abendlichen Glas Weins in unserem VDE-Führungsteam entstanden. Wir haben heiß darüber diskutiert, was stört uns eigentlich an heutigen Veranstaltungskonzepten. Es gibt die, die sehr breit aufgestellt sind, aber wenig fachliche Tiefe bieten. Und auf der anderen Seite Konzepte, die thematisch eingeschränkt sind, aber sehr, sehr intensiv in die fachliche Tiefe gehen. Und wir haben uns gefragt, gibt es ein Veranstaltungskonzept, was beide Welten miteinander verbinden kann und damit eine sehr, sehr große Zielgruppe anspricht. Und da haben wir eins gefunden, den VDE Tech Summit 2018.